Und hohe guten Tag wünsche ich euch Leute. Ich habe mein neues Mikrofon zugelegt und dazu passen direkt ein Mic, Pre und Kompressor und ein neues Interface. Mir fehlen leider noch zwei Kabel und deswegen müssen wir jetzt ganz schnell zum Music Store, bevor ihr dazu macht. Und dann sehen wir uns dort wieder. So, wir sind beim Music Store und holen uns jetzt die Kabel. Einfach missgeboten. So, wir haben die Kabel jetzt gefunden. So, wir sind draußen und haben auch alles in Kauf. Und jetzt suchen wir was zu essen und dann geht's ab nach Hause, alle Kabel anschließen und dann natürlich ein Let's Play aufnehmen. Ja, ich mache heute auch ein Let's Play. So, wir sind zurück vom Music Store, haben auch alles angeschlossen. Leider funktioniert aus irgendwelchen unbekannten Gründen dieser Kompressor nicht. Ich habe von derselben Firma wie diesen Kompressor, habe ich auch ein Mic Pre, also Pre-Amp da drüber. Ich ziehe mal ganz kurz das hier zur Seite, um euch das zu zeigen. Und das Interface, aber das funktioniert alles super, aber das hier funktioniert leider nicht. Ich muss aber bei Thomann anrufen und fragen, vielleicht ist es einfach kaputt oder vielleicht bin ich einfach dumm. Den hat aber den Fehler auch nicht gefunden. Ja, ich bin auch kein Audioexperte, aber ein bisschen kenne ich mich aus. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwas übersehen haben. Irgendwas falsch gemacht haben. Der war richtig dumm. Ich bin richtig gefangen an dem Fehler. Ich hätte ihn gefunden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er wirklich defekt ist. Ja, vielleicht ja. Aber Thomann, das ist nett, die tauschen auch alles sowieso. Ja, wenn was kaputt ist, müssen sie es auch umtauchen. Sag aber nein. Die sind nett. Die halten sich als deutsche Recht. Du bist ganz rot. Du bist ganz rot. Der Sonnenbrand. Revi auch. Bei jedem Wort, was Peter gesagt hat, hat Revi sich totgelacht eben. Ja, ich habe auch mal so eine Spinn und Lachspinn gemacht. Du nicht, oder was? Okay, also. Wir nehmen jetzt auch noch... Das ist das neue Mikrofon. Der PC, wir haben ja schon mal vor ein paar Tagen gesagt, ich will euch den zeigen. Aber dann kamen auch die ganzen Sachen dazwischen. Vielleicht gibt es morgen das PC-Video. Und ja, also ich habe schon die Elf davon geschnitten, wo wir alles zusammenbauen. Aber ich habe noch nicht so ein Gesamtzusammenfassungsding. Und das habe ich ja jetzt alles angeschlossen. Bla, 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 bla. Eine Frage an euch, hättet ihr denn Bock, dass das PC-Video morgen kommt? Dann würde ich es auf jeden Fall versuchen. Und dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein. Und ciao. Übrigens, Neen hat auch noch einen Bock gefilmt, wo er hier bei mir war. Und wir haben auch ein bisschen Quatsch gemacht. Haut rein. Ciao.